Ich war seit fast abgeschwemmt schon auf der Autobahn, war ganz kurz vor meinem Ziel, was ihn verauswacht hat. Diesen Leute neben mir, mein Funkgerät, waren, als daraus die Stimme eines Kleinen kam. Er sagte nur, Kanal 1, 4 ist hier irgendwie, wenn, dann rufe ich doch zurück und sprich mit Teddy Bär. Bis zur Stadt war es nicht mehr weit, ich kam ganz gut vorhanden, wir haben das Mikro in die Hand, seitdem dann spontan, hey, ich rufe mir die Bär, wo ist der junge Mann? Ich bin auf deiner Seite, es war einfach ungewohnt. Er sagte, Vater, glaube mir, das war eine Schau, ich fand dich wieder einmal ein, das weiß ich ganz genau. Und er hielt bei mir an, die ganze Zeit schon, ich schluchte und sagte, ist schon gut, mein Sohn. Dann fuhr ich los und mein Gerät, das war noch mal bekannt, als er fein war die Stille, Frau und Kahn. Sie sagte auch, man merkte es, das Sprechen fiel ihr schwer, hier ist der Kanal 1, hier spricht Mutter Teddy Bär. Den schönsten Tag in seinem Leben habt ihr meinem Kind gegeben, niemals mehr kann ich vergessen, die ihr zuweilen immer wart. Ich danke euch und Gott sei Dank. Kanal 1-4 Kanal 1-4 Also, am Gruppern, Stoffelfeld, leicht aufreissen damit da, dass aus Falgetreide keimen kann. Jawohl. Sohn Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.